Oh ja! Ja hallo, mein Name ist Johannes Ward. Ich bin beruflich Ermutiger, Überlebensberater und seit einigen Jahren auch Verstörer. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das, was Sie morgens im Badezimmer, im Spiegel erleben, das erleben Ihre Mitmenschen täglich mehrere Stunden. Mehrere Stunden. Stellen Sie sich mal vor, so ein Bergsteiger, ich weiß nicht, ich hoffe, dass Sie alle mal eine Bergtour gemacht haben mit Bergführer. Und der würde sagen, also eins ist klar, schwierig. Die Tour wird wahnsinnig schwierig. Also ich kann Ihnen eins sagen, manche von Ihnen werden es nicht erleben. Das wird für viele eine brutal harte Sache und... Okay. Gehen wir los. Es geht ein Heer von Menschen morgens an den Arbeitsplatz mit der inneren Einstellung, hey, du wirst wieder ein Scheiß da. Ja, das wissen Sie, meine Damen und Herren. Du erntest, was du sähst. Agieren heißt, immer wieder Neues machen. Immer wieder Neues machen. Lasst euch von niemandem abhalten, irgendwas zu machen, weil er sagt, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich kann alles angehen. Ich sage nicht, ich kann alles machen. Diesen Satz glaube ich schon lange nicht mehr. Ich wollte jemanden Salto rückwärts können. Ich werde es nicht mehr probieren. Obwohl ich weiß, dass ich es noch hinkriegen würde. Aber ich mache es nicht. Das ist was anderes. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist genau das, zu sagen, why not? Not.